Hallo und herzlich willkommen hier auf The Big Reak, eurem Kanal zur gepflegten Vermittlung königlichen Wissens. Das allerwichtigste zuerst, einige werden es schon mitbekommen haben, weil ich in der fünften Runde des MTU Opens kampflos verloren habe. Das liegt einzig und einfach daran, dass ich zurückgetreten bin vom Turnier. Ich war ja in den letzten Tagen erkältet, bin es immer noch und heute ist es nicht besser geworden. Okay, ein bisschen besser ist es schon, der Husten ist weg, aber die Nase läuft schon den ganzen Tag und ich wollte mich nicht ans Brett setzen und meinen Gegner vollschneuzen und irgendwie mehrere Packungen Taschentücher verbrauchen. Ja, mehrere Stunden Schach spielen, das war einfach nicht drin heute und ich denke auch morgen wird es nicht sein. Ich denke so noch ein, zwei Tage, dann bin ich wieder fit, aber es macht im Moment keinen Sinn für mich Schach zu spielen. Ein bisschen ärgerlich, aber gut, was man nicht ändern kann, darüber rege ich mich jetzt nicht groß auf und ich werde ganz normal weiter über das Turnier aber berichten, bin jetzt in Biel, werde auch in Biel bleiben bis zum vorgesehenen Schluss und ja, schauen wir mal, wie ich das noch genießen kann hier, ohne mitspielen. Heute war ja Ruhetag beim GMT Turnier, die Großmeister haben mal wieder einen Ausflug gemacht, ist echt ein bisschen großzügig organisiert hier, mit zwei Ruhetagen und deswegen schaue ich natürlich so ein bisschen auf das MTO Open jetzt, habe mir ein paar nette Sachen rausgesucht, die ich euch zeigen kann. Ich fange mal mit einer sehr sehr lustigen, ja was heißt lustig, also für den Spieler selbst ist es nicht so lustig, aber ich finde es lustig, vor allen Dingen, wie es zustande kann. Die folgende Stellung, mit Weiß, Konstantin Peira, 19 Jahre alt, aus Österreich, ist ein Mannschaftskollege von mir in Hamburg, der spielt seit diesem Jahr für den Hamburger SK, für meine Mannschaft, ist auch ein freudiges Mitglied der TBG Community, ich war mit ihm hier auch schon mehrmals unterwegs, spielt hier gegen einen gewissen D-Maitos, Jahrgang, was ist denn Jahrgang, 2006, 16 Jahre alt oder 17, FM und wir haben die Stellung, diese Stellung erreicht, hier nach 63. Turm D2. Schwarz steht hier komplett auf Gewinn, Weiß hat zwar einen Springer mehr, aber die Bauern, die Freibauern von Schwarz sind offensichtlich sau stark hier. Weiß kann im Prinzip gar nichts mehr ziehen hier. Konstantin zog Turm D1. Und ihr könnt ja mal nachdenken, wie gewinnt hier Schwarz? Ihr könnt euch auch sehr, sehr viel Zeit lassen dabei. Und ich werde euch auch gleich sagen, warum. Lasst euch einfach mal, ihr könnt euch auch eine Stunde Zeit lassen, wenn ihr wollt. Oder auch eine Stunde, 25 Minuten, wenn ihr Bock habt. Gönnt euch die Zeit. Denkt nach. Warum die Eile? Aber D-Maitos, nö. Warum nachdenken? Der hat die ganze Partie runtergeblitzt. Er hatte hier noch eine Stunde, 30 Minuten, nach 62 Zügen, nach 64 Zügen. Kein Scheiß. Eine Stunde, 30. Der hat wirklich die ganze Partie runtergeblitzt. Gut, runtergeblitzt im Sinne von, er hat nicht länger als eine Minute für einen Zug nachgedacht im Schnitt. Und er spürte hier ganz fix C2. Und ihr seht es schon am Balken. Was passiert hier? Weiß gewinnt. Er hat sich verrechnet. Wie? Wie gewinnt jetzt hier Weiß? Ganz einfach mit König schlägt D2. Und Mai Toschkab auf. Ja, großartig. Cd1, König D1 natürlich. Und B1 schlagen wir natürlich mit dem Springer hier. Letztendlich hat Weiß immer einen Springer mehr, mindestens. In allen Varianten. Ja? Und gewinnt die Partie. So. Wie gewinnt hier Schwarz? Das ist so trivial, dass es echt schon echt weh tut. Beim Zuschauen. Vor allen Dingen, wenn man so viel Zeit hat. Eineinhalb Stunden. In Zeitnot kann das immer passieren. Das ist klar. Aber... Ich darf nicht lachen. Turm H2 zum Beispiel. Oder Turm G2 gewinnt beides. Turm H2 einfach wegziehen. Es droht C2. Und weiß kann überhaupt nichts ziehen. Es gibt hier keinen Zug. Es ist Feierabend. Man kann Turm D7 probieren. König E6. Turm B7. Aber hier kommt C2 einfach. Das ist auch nicht besonders schwierig zu berechnen. Turm B2, C1 Dame. Springer C2. Turm C2. Und dann Turm C1 im nächsten. Das ist wirklich trivial. Das ist echt übel. So eine Partie einzustellen. Und der hat das echt gut gespielt. Wenn man bedenkt, dass er geblitzt hat, die Partie, hat er mit Schwarz wirklich gut gespielt. Ihr könnt euch die Partie gerne anschauen. Auf chess.com kann man die Partie nachspielen. Aber auch auf Leaches kann man auch nachspielen. Auf der offiziellen Webseite sind auch die Verlinkungen vom Schachfestival B. Also das ist der Aufgelopp zum heutigen Video. Und jetzt schauen wir uns mal seriöses Schach an. Und zwar schauen wir uns erst mal diese Stellung an. Zwischen Pranav Anand und Seturaman Sb. zwei indische Spieler. So nach Läufer F4. Das ist die Stellung hier. Pranav Anand. Natürlich ein berühmter Name. Anand. Vichy Anand, 15. Weltmeister der Schachgeschichte. Legende in Indien natürlich. Hat dafür gesorgt, dass Indien inzwischen Großmeister am Fließband produziert. Pranav Anand, gerade mal 16 Jahre alt. Hat schon eine GM-Norm. Und ihr seht schon eine ziemlich fette Elo-Zahl. 2,4,63. Spielt hier gegen Lanzmann S.P. Seturaman. 2,6,23. Erfahrender Großmeister. 29 Jahre alt. Das hier, die Eröffnung habe ich mir erspart, damit das nicht zu lange dauert. Das war hier modernes Benoni G3-Variante. Und Seturaman spielte etwas seltenes. Und Weiß kannte das nicht so gut. Und wir haben diese Stellung erreicht. Und wie geht es hier weiter? Es wird echt völlig chaotisch hier. Völlig chaotisch. C4. Guter Zug. Plan Springer C5, Springer D3. Nach klassischen Vorbildern. Und jetzt was spielt Weiß? Also völlig angstbefreit, wie Weiß spielt in dieser Partie. Das ist echt absoluter Wahnsinn. Logisch ist hier Springer F1, den Springer ins Spiel zu bringen. Und wenn der Springer jetzt irgendwie hier reinkommt... Naja, das Problem ist natürlich der Druck auf E4. Ich kann verstehen, warum Weiß hier so ein bisschen die Flucht nach vorne ergriffen hat. Die Engine sagt hier Springer E3, aber das Opfer hat einen Bauern. Bei C4 hängt auch. Also... Solche Sachen. Auch alles sehr kompliziert. Vielleicht ein Qualitätsopfer hier. Aber Weiß entscheidet, nee, Springer B5. Weißt du was? Den E4, den kannst du haben. Dafür greife ich D6 zweimal an. Setu Daman nimmt natürlich auf E4. Springer E4. Läufer E4. Das ist die Pointe. Er gibt den Weißfeldigen Läufer. Turm E4, Turm E4, Läufer E4. Springer D6. Er hat aber dafür natürlich den schönen Schwamm, den Weißfeldigen Läufer gegeben. Läufer D3. Dieser Läufer auf D3 sieht natürlich monströs stark aus. Und jetzt der nächste Zug. Kommt hier nicht drauf. Ihr kommt vielleicht schon drauf. Das ist schon ein strategisch logischer Zug, aber es ist halt wirklich auch... Jetzt wird meine Nase wieder. Auch wieder komplett angstbefreit. B3. Warum nicht? Einfach mal noch eine Qualität opfern hier. Oder zum Opfer anbieten. Tatsächlich ist es gar nicht so gut zu nehmen, weil hier natürlich schwarzfelderige Schwächen entstehen. Und es gibt natürlich hier das Motiv Läufer H6. Und der schwarze König ist natürlich hier völlig alleine gelassen. Setu Daman entscheidet sich richtig für Springer B4. B schlägt C4. Läufer C2. Dame D2. Läufer schlägt A1. Das ist alles okay. Dame B4. Dame B6. So, bis hierhin hat er alles im Griff. Schwarz steht hier klar besser. Weiß kann... Das ist zwar interessant wie Weiß spielt, das ist aber nicht objektiv komplett korrekt. Springer B5. Okay, Damentausch kommt natürlich nicht in Frage. Springer B5 stellt den Springer dazwischen. Turm E8. Ergibt Sinn. Geht auf die offene Linie. Dame D2. Greift den Läufer an. Und hier kommen die Jungs bei den Zeiten. Und beide Spieler hatten jetzt noch 15 Minuten bis zur Zeitkontrolle im 40. Zug. Und wir sind jetzt im Zug 27. Wie kann Schwarz hier großen Vorteil erlangen? Das könnt ihr euch mal überlegen. Das ist eine kleine Aufgabe hier. Es ist extrem konkret die ganze Zeit. Also gegen die Engine ist man hier hoffnungslos überfordert. Die zeichnet natürlich ständig das Beste an. Und das ist aber für Menschen nicht findbar. Zumindest nicht für einen starken Großmeister wie Seto Daman und hier angehenden Großmeister. A6 ist hier sehr stark. Einfach den Springer attackieren. Und das Problem ist, der Springer kann nicht vernünftig wegziehen. Wegen Dame B1 Schach und Turm E1. Und dann ist hier auf der Grundreihe ein großes Problem. Also sowas wie Springer A3 kommt natürlich auch nicht in Frage. Dame C2 ist hier der Zug. A B5. C5. Turm E1 König G2. Dame G6 habe ich hier gerechnet. Naja und hier werden die Damen getauscht. Und wenn die Damen vom Brett sind, dann ist das alles nichts mehr für Weiß. Die beiden Bauern sehen zwar gefährlich aus, werden aber problemlos aufgehalten durch den König auch. F6, König F7 hier. Und Turm E2 kann sich den A2 abholen und der B-Bauer wird wahrscheinlich die Partie gewinnen. Gehen wir mal zurück. Seto Daman spielte allerdings hier Dame G6 sofort. Das ist ein Fehler. Jetzt könnte Weiß mit Springer D6 den Turm attackieren. Der Turm hätte keine guten Felder. Der müsste nach A8 zurück, wenn Schwarz hier weiter auf Gewinn spielen will. Aber es kam Springer C7. Turm E4. Guter Zug. Greift C4 an. Läufer E3. Hm, warum hat er Läufer E3 gemacht? Es droht vielleicht sowas wie Turm E4 hier. Ich weiß es nicht. Läufer E3. Turm C4. D6. Der Computer sagt auch Läufer E3. Deswegen, ich will das gar nicht zu weit analysieren hier, weil ich habe noch viele Züge, die ich zeige. Läufer E5. Springer E8. So, es droht jetzt hier D7, D8. Der D-Bauer ist natürlich sehr stark. Freibauern sind sehr stark. Und ganz typisch für die Benoni Strukturen. Irgendwann hat Weiß hier so einen freien D-Bauern. Praktisch immer ein Asset. Und wie kann Schwarz hier klaren Vorteile erlangen? Auch das ist wieder sehr schwierig. Seto Daman spielt der Läufer A4. Möchte den Bauern aufhalten. Verständlich. Aber er gibt damit den Läufer ab. Läufer C3 gewinnt hier. Das sieht natürlich sehr interessant aus hier mit den Figuren auf der C-Linie. Dame D5, Dame E6. Ja, und Weiß kann jetzt irgendwie hier nicht die große Dame nicht tauschen. Dame G5 geht vielleicht noch. Läufer G6. Aber hier Dame D8. Turm C8. Springer E6. König G7. Und Schwarz wird gewinnen hier. Also Weiß verschießt irgendwie so nach und nach sein Pulver. Okay, stattdessen kamen Läufer A4. D7. Und jetzt muss Schwarz aber den Läufer geben. Läufer D7, Dame D7. Das ist natürlich nur eine Notlösung. Jetzt hat Weiß zwei Leichtfiguren für den Turm. Aber Schwarz hat immer noch einen Bauer noch. Turm und Bauer. König A7. Aber jetzt beginnt die Zeitnot komplett hier. Die Spieler halt von guten Zügen abzuhalten. Dame E7. Turm E4. Dame schlicht B7. HA5. Das ist jetzt hier ein weiterer Fehler. Turm schlicht E3 wäre hier möglich gewesen. F schlicht E3 und Dame E6. Greift hier den Springer an. Und droht Läufer schlicht E3 gefolgt von Dame E3. Hier kann Schwarz das Gleichgewicht halten. Das ist aber ausgeglichen. Okay, man könnte Dame E7 untersuchen hier. Dame E8. Aber er sollte letztendlich ausgeglichen sein. Weil der Weiße König sehr offen steht. Stattdessen A5. Dame D5. König G8. Dame D8. König A7. Dame D5. König G8. A3. Typische Zeitnotzüge. Läufer C3. Ein weiterer Fehler. Springer D6. Turm E5. Dame A8. König G7. Dame C8. Naja. Jetzt Läufer B2. Greift in A3. Aber nach Springer C4. Jetzt ist klar, dass Weiß gewinnen wird. Weil er einfach Materialvorteil hat. Zwei Leichtfiguren gegen Turm. Und Schwarz hat null Gegenspiel. Kann den Springer jederzeit ins Spiel bringen. Letztendlich lief es auf ein Endspiel hinaus. Zwei Springer und Bauer gegen Turm. Und das Weiß dann relativ sicher gewann. Ich habe noch ein Beispiel für euch. Deswegen stoppe ich hier. Und zwar die Partie zwischen Adrian Chopra und Leon Lukmedonka. Auch wieder. Zwei super interessante Spieler aus Indien. Also hier in Biel voller Inder im Prinzip. Die hier das Schachfestival erobern. Einer stärker als der andere. Und hier handelt es sich um zwei junge Spieler. Chopra, 20 Jahre alt. War schon mit 14 Jahren Großmeister. Und das gleiche gilt auch für Leon Lukmedonka. 16 Jahre alt aktuell. War auch schon mit 14 Jahren Großmeister. Und Leon Luk könnten einige von euch noch kennen. Denn ich habe gegen ihn gespielt vor zwei Monaten beim GM-Turnier in Hamburg. Die Partie habe ich auf diesem Kanal analysiert. Könnt ihr euch gerne anschauen. Die Partie fand ich super interessant. Steigen wir ein. E4, C6, Karokan, D4, D5, E5, Läufer F5. Vorstoßvariante. Springer F3, E6. Läufer E2, C5. C5 ist eine sehr forcierte Variante, die hin und wieder gespielt wird. Auch von Vincent Keimer. Läufer E3. Dame B6. Springer C3. Theorie. Springer C6. Das ist alles Theorie hier. Springer A4. Der Hauptzug hier lautet hier Ruhade. Dame schlicht B2. Und hier Dame, dieser komische Zug Dame E1. Das ist alles Theorie. Dazu gibt es super viele Partien und auch sehr viele Analysen. Hier habe ich eine Partie analysiert zwischen Daniel Dubov und Vincent Keimer. Beim Fieder Grand Prix 2022 haben die das gespielt in Berlin. Könnt ihr euch gerne anschauen. Titel damals, ein Fehler, bumm aus. Chopra spielt aber hier nicht Ruhade, sondern Springer A4. Das ist hier eine Alternative, die wahrscheinlich nicht so gut ist. Die aber Schwarz natürlich einiges abverlangt. Man muss hier sehr konkret wissen, was man tun soll. Springer A4. Offensichtlich war Chopra vorbereitet. Der spielte sehr schnell. Die ersten, weiß ich nicht, 14, 15 Züge. Da kommen wir gleich noch zu. Dame A5, Schach. C3. C4. Riegelt ab. B4. Greift die Dame an. So und jetzt sollte die Dame nicht zurückgehen, weil Weiß dann schön Raumvorteil hat. Es gibt hier dieses typische Motiv Läufer schlicht B4. Das kennt man noch aus einer Variante der französischen Verteidigung. CB4, Springer B4. Schwarz bekommt zwei Bauern für die Figur. Aber er droht hier ganz stark Läufer C2 mit Gewinn der Figur und Springer C2 Schach. Beides kann Weiß nicht abwehren. Springer C5. Springer C2 Schach. Doppelschach. König F1, Springer A1, Dame A1. Sehr interessante Stellung. Dame B5. Medonka war jetzt der Erste, der anfing nachzudenken. Dame B5. A4. Das zeigt auch die Engine an hier. Stofffisch. Chopra. Spielte bis hierhin sehr schnell. Hier muss ich sagen, gefällt mir Dame B1 eigentlich ganz gut. Dame B1, Läufer B1. Hier würde ich sagen, Springer B7 natürlich. Wobei König E1 auch lokal sagt man in der Engine König E1. B6, Springer B7. Und dann diese Stellung hier. Dieses Endspiel. Aber warum geht Springer B7 nicht? Warum zeigt Stockfisch bei mir lokal nicht Springer schlicht B7 an? Weiß ich nicht. Die Engine hier online ist natürlich deutlich langsamer. Tiefe 17, 18. Okay, sehr langsam. Da muss es irgendein Grund geben. Also wenn dieses Endspiel möglich ist mit Dame B1, sollte man mit Schwarz dieses Endspiel mal untersuchen. Stattdessen spielt er mit Donka Dame C6. Lässt die Dame auf den Breck. Springer H4. Alles noch vorbereitet von Chopra. Er spielt das immer noch sehr, sehr schnell. Läufer C2. Das ist nicht der einzige Zug, der in Frage kommt. Springer E7 kommt natürlich auch in Frage. Und Läufer C2 scheint aber der erste neue Zug gewesen zu sein für Chopra. Denn er dachte jetzt jetzt 23 Minuten nach. Und das ist super interessant für mich zu sehen. Auch das starke Großmeister. Sobald sie aus der Theorie raus sind, beziehungsweise aus dem, was sie kennen. Produzieren sie auch sehr schnell Fehler. A5 spielt der Chopra. Und das ist schon laut Engines hier ein Fehler. Stattdessen sollte man sowas wie Dame B2, Dame A2 spielen. Den Läufer attackieren. Und ja. Ne, Dame A2. Dame A2. Läufer G6, Springer G6, HG6. Und hier A5. Mit einer interessanten Stellung. Ja, Idee ist Läufer D1, Läufer A4 hier. Okay, aber Chopra spielt da halt sofort dieses A5. Aber hier kann die Idee nicht Läufer D1 sein, weil hier ein Läufer steht. Okay. Es geht weiter mit Springer E7. Nach 26 Minuten. Mendonca tendiert dazu, relativ lange nachzudenken. Da kommt im Prinzip in jeder Partie ein Zeitnot. Im Gegensatz zu diesem Inder im ersten Beispiel, der die Partie runtergeblitzt hat. Also nicht alle Inder zocken ihre Partien wild runter, sondern es gibt auch einige, die auch ein bisschen nachdenken. Dame B2. Greift dir den Läufer an? Springer L5. Springer L5? Hm. Greift dir den F5 an? Springer L5, Läufer L5. Okay. A6, B6, Springer B7, Ruchade, Springer D6. So, der Springer steht natürlich super auf D6. B5. Aber, Schwarz hat natürlich hier zwei krasse Freibauern hier verbunden. Ihr müsst euch nur vorstellen, wenn er dann da 6 erobert hat, er geht weg mit der Dame, dann kommt der A-Bauer auch noch angerauscht. Wie will man die Bauern auffallen? Deswegen, das ist hier so unfassbar dynamisch, diese Stellung. G4 von Weiß, sehr logisch. Läufer G6 und jetzt König G2 erstmal. Man kann auch sofort H4 machen, er spielt aber König G2 zuerst. Dame schlicht A6. So, das gefällt der Engine nicht. Dame schlicht A6. Turm AB8 sollte man spielen. Sofort mit der Idee B4, B3. Einfach die Bauern laufen lassen. Jedes Tempo kann entscheidend sein. Okay, Dame A6. Ich will nicht zu viel zur Partie erzählen, denn das wird noch so spannend hinterher. So richtig, richtig schön auch. H4. F6. Nicht der 1, auch wieder nicht die einzige Möglichkeit. Er hätte auch Läufer E4 spielen können oder Läufer D3. Aber gut, F6. Er möchte den Läufer hier zurückziehen nach E8. H5, Läufer E8. H6. Was Weiß macht, ist sehr, sehr logisch. Er schafft Schwächen auf den schwarzen Feldern. G6. Läufer F4. Und es ist logisch, was er macht hier. Dame B6. Und jetzt nimmt er raus auf F6. Turm F6, Läufer E5. Turm F8. So, jetzt hat Weiß natürlich hier so einen super Läufer, der da reinschaut. Und diese schwarzfälligen Schwächen sind natürlich enorm hier. Es gibt hier verschiedene Angriffsideen für Weiß. Eine Idee ist Dame A3, Dame G3. Dann nehmen wir den Läufer nach G7 und dann Dame E5. Oder G5, Läufer F6 und Dame E5. Und dann auf den schwarzen Feldern irgendwie matt setzen. Na nicht irgendwie, schon ziemlich konkret. Deswegen Dame A3 ist sehr, sehr stark hier. B4, Dame A3. Ich habe das versucht mal zu retten für Schwarz. B3, G5, B2. Sieht ja auch schon sehr gefährlich aus. Turm B1. A5, Läufer G4, Läufer D7, Läufer G7 und plus 7, sagt die Engine. Also man steht auf Gewinn hier. Die Dame kommt halt nach E5 und dann ist auf dieser Diagonale Feierabend. Schwarz ist nicht schnell genug mit seinen Bauern. Aber gut. Chopra, geiler Name übrigens, Chopra, spielte hier Läufer D1, ohne groß nachzudenken. Er war bei 12 Minuten Restzeit angelangt, während Mendonca nur noch 2 Minuten hatte bis zum 40. Zug. Wir sind hier bei Zug 31. Läufer D1. Was für eine Idee verfolgt er denn mit Läufer D1? Werden wir gleich sehen. Ist richtig schön. So, Schwarz hätte jetzt hier unbedingt sofort B4 spielen müssen. Gegenspiel. Läufer C2, B3, Läufer B1 und Dame D8 zurück. Um hier die schwarzen Felder zu decken. Und dann ist die Stellung überhaupt nicht klar. Stattdessen spielt Mendonca Turm D8. Greift hier den Springer an. Nachvollziehbar. Aber Weiß schlägt auf E8. Jetzt Springer E8, Turm F schlägt E8. Turm D schlägt E8. Sorry. Und jetzt Läufer C2. What? Und das ist die Idee. Und das hat er ja alles gesehen. Er möchte hier reinhacken auf G6. Und das funktioniert alles. Es geht hier weiter mit Turm F7. Schwarz hat wirklich keine Verteidigung mehr. Egal was er zielt. Ich habe das geprüft. Es ist wirklich Feierabend. Turm F7. Und jetzt Läufer schlägt G6. HG6. Und jetzt H7. Turm schlägt H7. Und jetzt nicht Turm schlägt H7. Sondern was spielt hier weiß. Turm schlägt H7 ist auch deutlich zu langsam. Da könnte man auf die Idee kommen. Turm A7. König A7. Dame C1. Mit der Idee Dame H1. Und dann eventuell Matt hier auf H8. G7. Aber Schwarz spielt Turm F8. Und läuft dann mit dem König über die weißen Felder raus. Es geht aber Dame B1. Und es ist Feierabend. Dame B1 hier. Greift G6 an. Turm schlägt H1. Dame G6 Schach. Und dann Matt auf G7. Deswegen kam hier Turm G7. Dame C1. Es ist krass, wie viel Zeit sich weiß hier lassen kann für den Angriff. Das liegt einzig und allein daran, dass der weiße Läufer hier so unglaublich stark ist. Und die schwarzen Felder so extrem geschwächt. Dame B7. Dame H6. Turm 8 E7. Dame H8. König F7. Dame G7. Es gab wirklich keine Verteidigung mehr. König E8. Turm H8 Schach. König D7. Das macht Spaß jetzt. Dame E7. Und Schwarz gab auch. Wegen König E7. Turm H7. Und gewinnt die Dame da hinten. Und weißer Turm und Läufer mehr. Eine wirklich schöne Partie. Sehr ausgekämmt. Und vor allen Dingen ist aufgefallen, dass die Inder vorne, die sehr viele Partien vorne gespielt haben. Wir schauen uns mal kurz die Tabelle an. Ich schalte um. Keine Sorge. Wir schauen uns mal kurz die Tabelle an. Die beiden Spieler, die ich euch gerade gezeigt habe, führen das Turnier an. Das MTO Open. Aryan Chopra und Pranav Arnand. Dahinter ein weiterer Inder. Visach NR. Noch nie gehört den Namen. Und dann ein paar andere bekannte Namen. Zum Beispiel Motilev Fedoseev aus Russland. Alkiril Alexenko. 2-7-0-8. Der eigentliche Turnierfavorit ist eigentlich der chinesische Großmeister Yu Yangi. Mit 2-7-20. Der hat aber schon einige Remis gespielt. Drei Remis. Interessanterweise. Was ich noch zu den Indern sagen wollte. Genau. Die kämpfen die Partien mega aus. Muss man sagen. Da wird nicht rumgeschoben mit Remis oder so. Also richtig, richtig geiles Schacht teilweise. Und auch ein unglaublich stark besetztes Turnier vorne. Ihr seht nur Großmeister. Der Pranav Arnand ist noch EM. Aber ansonsten ist nur Großmeister vorne. Bis zu Platz 21. Und. Naja. Wenn ihr jetzt nicht mehr mir die Daumen drückt. Weil ich zurückgetreten bin vom Turnier. Ihr könnt natürlich unserem lieben Huschi die Daumen drücken. Niklas Huschenbeet. Der ist Platz 9 gerade. Hat 4 Punkte. Läuft ordentlich für ihn. Hat bisher. Ja. Nominell schlechtere Gegner gehabt. 4 aus 5. Völlig normales Ergebnis. Ein gutes Ergebnis für ihn. Morgen gegen Alexander Motilev. Ein guter Gegner. Okay. Das war's für heute. Höhepunkte vom MT Open. Wünscht mir gute Besserung. Nein. Ist alles gut. Ich denke, dass ich in 2 Tagen wieder fit bin. Aber heute ging wirklich gar nicht ans Brett setzen. Schade. Ich werde Biel so genießen jetzt. Und natürlich jeden Tag Videos machen. Ab morgen wieder Vincent Keimer am Start. Mal gucken, was da geht. Haut rein. Checkt meinen anderen Kanäle aus. Big Creek Highlights. Big Creek Shorts. Und überhaupt. Ciao. Ich werde Bial. Ja.